Thema Bundeswehr. Die Verteidigungsministerin möchte ja bis 2023 bis zu 7.000 neue Stellen für die Bundeswehr haben. Was denken Sie darüber? Oh ja, gut, das muss auch wieder aufgerüstet werden langsam, ja, seitdem es so abgewirtschaftet wurde in den letzten Jahren. Ja, auch wenn? Ja, insgesamt. Mein Vater war Oberstleutnant und vorher. Bundeswehr, okay, wäre mein Mittel. Mehr Soldaten wieder. Oh Gott, das halten wir davon. Also ich meine, es gibt Wichtigeres als Bundeswehr. Es gibt wesentlich wichtigere Probleme als Bundeswehr, ist meine Meinung. Also das Geld könnte man sinnvoller ausgeben. Ja, das heißt auch Einsätzen der Bundeswehr gegenüber bist du dann wahrscheinlich eher kritisch. Auf jeden Fall, ja. Da haben wir heute das Thema Bundeswehr. Die soll ja um 7.000 Soldaten größer werden und uns interessiert. Deine Meinung dazu? Wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass die um 7.000 Soldaten größer werden soll. Äh, finde ich ein bisschen widersprüchlich, weil ja eigentlich es besser wäre, wenn jetzt mehr abgezogen werden würden aus den Krisengebieten, aber naja, wenn die Bundesregierung das so will, dann wird es wahrscheinlich so passieren. Wie kann man das